über den Tellerrand. Der Name ist Programm. Wir beleuchten Themen aus den Bereichen Lebensmittelerzeugung, Lebensmittelverarbeitung und Lebensmittelkonsum, die uns alle bewegen. Wir fragen Experten und wir bieten Perspektiven an. Wir liefern Fakten, die helfen, eine Meinung zu haben oder zu bilden. Wir geben keine Meinung vor und bewerten nicht. Wir, das sind Ursula Riegler und Christoph Zezene. Und heute sind wir zu Gast bei der Firma Hüttaler in Schwanenstaat in Oberösterreich, gemeinsam mit dem Herrn Florian Hüttaler. Fleischer, Schlachter, aber das wird er uns noch genauer erklären, in vierter Generation. Hallo, grüß Gott. Grüß Gott. Morgen. Morgen. Wo sind wir hier jetzt? In welchem Bereich befinden wir uns in diesem gigantischen Gebäude? Ja, wir sind in unserer ausgelagerten Schlachtung nach Tierwohlgrundsätzen. Wir haben da 2019 das Bauwerk eröffnet, sind da absichtlich vom Urstandort in Schwanenstaat in die Nachbargemeinde Redlheim gewandert, damit wir wieder mehr Platz auch haben, um unsere Ideen da umzusetzen. Und ja, wir haben da eine Schlachtung nach ganz modernen Ideen auch entwickelt, in Verbindung mit Tierärzten, NGOs, aber auch Metzgern, eigene Metzger und haben uns da das Ziel gesetzt, und das ist der übergeordnete Gedanke, das Tier intuitiv bis zur Betäubung zu leiten und dann von der Betäubung zu überraschen. Es schaut irgendwie anders aus, als ich mir das vorgestellt habe. Ich habe mir da Stahlgatter vorgestellt. Es sind gerade Schweine reingekommen, die stehen aber oder schlafen teilweise auch in Holzboxen. Man muss vielleicht dazu sagen, wir stehen auf einer Besucherplattform oberhalb der Anlieferung und wir schauen da gerade auf eine Menge an Schweine. Es werden immer mehr, so es ist gerade eine Anlieferung. Und es riecht nach Holz auch hier in der Besucherplattform und wir schauen auf Holz. Was hat es damit auf sich? Ja, Holz ist ein ganz entscheidender Faktor für uns auch, neben vielen anderen Kriterien, weil Holz ätherische Öle abgibt, weil das Holz fürs Schwein, wenn es zum Bekauen ist, einfach heimelig wirkt, aber auch im Raum ein gutes Klima erzeugt und der Schal gedämmt ist. Weil sonst in so einer Betonhalle mit Stahl würden doch sehr viele Schallelemente und jedes Tür, was zuschlägt und jeder Lieferant oder Bauer, der anliefert, hinterlässt immer so einen Knall. Und das ist ein Schreckmoment, den wir dem Schwein da ersparen wollten auch. Und die Kriterien sind natürlich weitreichender. Das ist halt, was man optisch gleich mal sieht. Wie kommt man denn, also wenn man an einen Schlachtbetrieb denkt, ist das nicht der erste Betrieb, bei dem man an Tierwohl denkt, wahrscheinlich als Konsument. Und wir versuchen mit der Staffel ja diesen sehr dehnbaren Begriff Tierwohl ein bisschen zu konkretisieren. Und bei der Recherche sind wir eben auf Sie gestoßen, weil man über Sie online findet, dass Sie Tierwohlstandards definiert haben. Wie kommt man als Schlachtbetrieb, der über Generationen schon schlachtet? Wie kommt man darauf, dass einem das auf einmal wichtig ist oder man etwas ändern möchte? Ja, also grundsätzlich sind wir kein Schlachtbetrieb. Das ist ja zwar ein Teil unseres gesamten Pakets, aber eigentlich sind wir Fleisch- und Wurstproduzent. Wir haben halt seit 1897 den Firmensitz in Schwanenstadt und da auch immer schon die Schlachtung dabei gehabt. Die wurde dann in den 60er Jahren einmal neu gemacht, aber halt noch standardmäßig, wie es damals üblich war. 2014 hat mein Bruder sich entschieden, die Firma zu verlassen und dass ich alleine die Firma mache und er einen Bauernhof in der Nachbargemeinde Rüstorf, den Musterhof hast du jetzt, betreut und wir gemeinsam ein Brüderprojekt machen wollen, wo wir trotzdem zusammenarbeiten, aber auch immer gedrängte Firmen haben. Und da haben wir uns sehr schnell mit dem Gedanken gespielt, eine Tierwohl-Ebene einzubauen, weil konventionelle Tierhaltung europaweit einfach am gesetzlichen Mindestmaß ansetzt und Biohaltung zwar gesetzlich geregelt ist, aber durch das Markenprozedere, was im Bio-Bereich sehr, sehr groß ist, weil jede Handelskette seine eigene Biomarkt hat, oft nur Zusatzkriterien draufgeschlagen werden. So geht die Schere praktisch von Jahr zu Jahr weit auseinander und für uns war es klar, dass da dazwischen gerade im Schweinebereich Tierwohl Platz hat. Wir haben am Anfang auch gehadert mit dem Namen Tierwohl oder mit dem Wort Tierwohl, weil es nichts aussagt und oft im Marketing Themen für nichts verwendet wird, für 10% Platz. Oder hat jeder definiert, was er darunter versteht. Oder für eine Handvoll Stroh und das auf drei Monate und dann haben wir Tierwohl gleich. Das wollten wir nicht so machen. Da haben wir auch diese Kriterien für diese Tierwohl-Marke, die wir dann Hofkultur genannt haben im Nachhinein, definiert mit NGOs gemeinsam und auch mit Tierärzten gemeinsam, wo wir gesagt haben, was ist für das Tier im Laufe der Mastphase das Wichtigste, dass sie sich wohlfühlt gegenüber einem konventionellen Stall und dass man nicht so teuer und so tief hineingehen wie bei Bio. Das ist schon eine Berechtigung dazwischen. Das heißt, es beginnt aber, entschuldige Christoph, es beginnt bei, wie das Tier gezogen wird, gemästet wird. Also beim Lebendtier am Bauernhof. Das heißt, es geht über die gesamte Kette von der Geburt des Tieres bis zur Schlachthof. Genau, darauf wollte ich nämlich jetzt auch kommen, dass wir ein bisschen über die Kette sprechen. Das heißt, bei Ihrem Bruder anfangen und ein bisschen beleuchten, was dort anders gemacht wird. Was anders gemacht wird, es kommt gerade ein Lkw herein beim Transport, wie der Transport ausschaut, wie der Empfang und Schlachtung und Zerträgen. Das ist ja genau das, was ich auch hinaus wollte. Der Schlachthof war dann das Resümee aus dem, dass wir in der Zucht und Mast etwas gemacht haben. Weil wir gesagt haben, da müssen wir dann auch einsetzen. Aber noch einmal zurück zu der Zucht. Ja, da greifen wir indirekt mit ein, weil die Tiere nur unter Narkose kastriert werden dürfen und weil die Schwanzel nicht kopiert werden dürfen. Aber sonst, unser Programm startet eigentlich in der Mast. Also es ist so eine Schweine-Mast. Ja, wir haben es für Schwein und Rind. Der Start war zwar mit meinem Bruder, aber insgesamt haben wir jetzt schon 40 Landwirte, die mitmachen. Vertragslandwirte. Das heißt, Sie nehmen nur Tiere an von den Vertragslandwirten, von niemandem anderen? Oder gibt es auch andere, die halt dann nicht in diesem Tierwohlprogramm drinnen sind? Genau. Also wir haben mehrere Landwirte, die uns beliefern. Wir haben konventionelle, armer Landwirte, Tierwohl, gentechnikfreie, Tierfahre, Bio und Babyfunk. Kompliziert. Ja, jedes Mal das Gleiche. Es gibt so viele Regelungen. Ich frage mich immer, wie der Konsument sie dann auskennen soll. Ja, für uns gibt es Richtlinien, die für jede einzelne Qualität stehen und die müssen wir dann halt von Anfang bis am Ende einhalten. Okay, dann gehen wir zum Mast. Also das Tier wird irgendwo, es gibt irgendwo einen Ferkelzüchter, dann kommt das Tier auf den Mastbetrieb. Genau. Dann wird dort das Tier im Unterschied zu konventionellen Stallungen jetzt immer gesehen, was erkennen. Ja, es hat doppelt so viel Platz als normal üblich. Es hat einen Auslauf an die frische Luft. Es hat ein Stroh-Einstreu. Es hat gentechnikfreies Futter. Das wird das Schwein zwar nicht schmecken, aber es ist trotzdem wichtig und das aus Europa und nicht aus Übersee. Ich muss jetzt fragen, Spaltenböden ja oder nein? Vollspalten nein, aber ein Teilbereich kann und ist auch sinnvoll, wenn ein Spaltenboden bleibt. Gerade dort, wo der Kotbereich ist. Also gerade, wenn man so eine große Bucht hat, die doppelt so groß ist, wie es üblich wäre, kann das Schwein, das ist ja ein rennliches Tier eigentlich, sich verschiedene Bereiche im Stall bilden. Das heißt, die haben einen Schlaf- und Liegebereich und einen Abgrundbereich. Und einen Fressbereich. Also drei Bereiche, dort sich das Schwein allein intuitiv herrichten. Und wenn es natürlich viel Platz hat oder so viel Platz hat, wie wir ihr geben, dann ist das definiert und das funktioniert auch sehr gut. Wenn man wieder mehr hergibt, dann kann das oft wieder verschwimmen, weil dann überall ein bisschen ein Bereich gefunden wird. Ist aber auch egal. Also im Bio-Bereich, die haben dann noch mehr Platz. Also man muss schon so sehen, wir sehen unser Tierwohl zwar als hohes Level an Tierwohl, gerade im Massbereich, wo eben man schon merken muss, das ist jetzt wirklich Tierwohl. Es gibt ja am Markt verschiedene Projekte, wo wirklich fast nichts gemacht wird und man nennt es auch schon bessere Tierhaltung oder mehr Tierwohl und so weiter. Sie haben vorhin gesagt, Sie haben das auch mit NGOs ausgearbeitet. Können Sie das sagen, welche NGOs das waren? Ja, wir haben Lizenzverträge mit der Gesellschaft Zukunft Tierwohl, die eben aus den Wiener Tierschutzvereinen und dem Verein gegen Tierfabriken bestehen und mit den vier Pfoten, wo wir bis heuer noch ähnere Tierwohlkriterien Silberstandard gearbeitet haben. Das haben sie aber aufgelassen, aber unsere Kooperation bleibt bestehen. Gut, wir haben sie unterbrochen. Das heißt, wir waren bei der MAST, also da gibt es sehr viel mehr Platz, Stroh, andere, Auslauf. Das heißt, ist das irgendwo zwischen konventionell und Bio von den Möglichkeiten? Genau, also wir sind da schon überkonventionell sehr weit drüber, absichtlich, damit es auch wirklich einen Sinn macht und damit wir uns auch, weil das war halt auch von Anfang an unser wichtiges Thema Tierwohl auch selber Sorgen trauen und da auch wirklich selbst dahinterstehen. Wir sind trotzdem ein Familienbetrieb. Wir wollen kein Schmäh machen, kein Marketing-Schmäh, sondern wir wollen das ernst nehmen. Und das nimmt aber auch der Konsument so wahr und auch unsere Kunden so wahr, weil wir ständig und praktisch jährlich die Bauern erweitern. Also wir nehmen jedes Jahr sicher zwischen fünf und acht Bauern auf. Weil die Bauern sagen, sie möchten gern mitmachen oder wie schwer ist es, um Bauern zu überzeugen, weil das kostet ja auch deutlich mehr? Derzeit ist die Situation am konventionellen Markt so schwierig, dass wir sehr, sehr viele Landwirte über 130 auf der Warteliste hätten, die mitmachen möchten und die auch in dem Umkreis von 50 Kilometern bei uns sind, dass sie mitmachen können. Aber wir machen das Wachstum eher langsam, eher nur auftragsbezogen, wenn wir Kunden haben, die uns auch garantieren, das ganze Tier abzunehmen, weil das ist auch wieder ein Faktor, den wir in der Produktion sehen müssen. Wir machen aus Hotelprojekte und Konzepten. Wir wollen nicht nur die Steaks und die Filet verkaufen, das funktioniert nicht. Über wie viele Schweine bzw. Rinder reden wir da pro Jahr? Es werden laufend welche angeliefert, heute offensichtlich. Wie viele Schweine gehen durch einen solchen Betrieb? Wenn wir bei Tierwohl jetzt bleiben, haben wir ca. 800 Schweine in der Woche. In der Woche, ok. Und sie schlachten dreimal in der Woche, oder? Ja, genau. Dazu kommen halt dann noch Bio-Schweine, die wir auch schlachten und dann konventionelle und armer. So im Großen und Ganzen schlachten wir wahrscheinlich 2000 in der Woche. Ist aber sehr, sehr wenig für österreichische Verhältnisse, weil so die großen Schlachthöfe in Österreich, die aber die Menge des Schweinefleisches eigentlich fast zur Gänze herstellen, die schlachten 450 im Durchschnitt in der Stunde. Weil es so wenig Schlachthöfe gibt, nicht? Ja, und die sind halt im Disgressor dann. Aber das heißt, er hätte in vier Stunden unseren Wochenbedarf geschlachtet. Okay, aber das heißt, es gibt viele Bauern, die würden gern eigentlich schon umsteigen quasi, weil der konventionelle Markt... Also die Schweinehaltung und Schlachtung und der ganze Markt ist ja offensichtlich im Umbruch, oder? Ja, gerade in den Nachbarländern wie Deutschland und in Italien, wo auch die Schweinepest schon einmal einen Fall gegeben hat, und die dann in den Export gesperrt wurden. Dort ist komplett der Umbruch da. Aber ist es auch, weil der Konsument sich was anderes wünscht oder die Konsumenten sich was anderes wünschen? Oder ist es nur von ihnen herausgetrieben, weil, weiß ich nicht, Preise sichern, Weltmarktpreise sich entwickeln oder halt eben große Krankheiten drohen? Oder wie ist ihre Einschätzung? Weil sie machen ihr Tierwohl auch nicht nur, weil ihnen vorher fahrt war, sondern weil sie überzeugt sind davon. Aber es muss ja eine Nachfrage geben, oder? Genau, wir vertreiben sie auch nur am österreichischen Markt, wo das jetzt nicht der Fall ist. Ich bin der vollen Überzeugung, dass der Konsument ja jetzt die letzten Jahre schon anfängt, sich immer mehr in diese Richtung zu bewegen. Auch vielleicht immer mehr das Wert ist, das auch wirklich dann am Regal umzusetzen. Das eine ist immer, was man gerne machen möchte und das, was man auch wirklich dann macht. Und da kauft man doch einmal die Aktion, die halt eins plus eins gratis hat. Und dann hat man halt vielleicht viel Fleisch gerade von etwas anderem gekauft. Aber das ist was, ich glaube sehr wohl, dass da in Zukunft sehr, sehr viel in die Richtung gehen wird. Wir haben auf einem hohen Niveau des Tierwohls eingesetzt. Also in Deutschland gibt es ja so Haltungsstufen. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, von eins bis vier, wo eigentlich vier für die Bio-Stufe hergenommen wurde im Schweinebereich. Da wären wir mit unserem Tierwohlprogramm auch in der vier Stufe. Also das ist schon wirklich ein paar Schritte weiter und nicht nur kleine Schritte. Jetzt waren wir bei dem Aufzug der Ferkel bei Ihrem Bruder. Die werden dann transportiert. Tierwohl und Transport. Ja, das ist natürlich so. Da gibt es Transportrichtlinien für den Transport von Lebendtiere. Aber da sind natürlich auch, gerade mit den vier Pfoten haben wir damals auch eine Richtlinie für den Transport ausgearbeitet. Und da geht es halt auch um Stroh und Streu, die ein wenig mehr sein muss, um kurze Transportwege. Wir haben da wirklich nur 50 Kilometer oder die halbe Transportzeit, bis das gesetzlich vorgeschrieben ist. Und die Anzahl der Tiere wird ja auch geregelt sein, oder? Genau, also wie viel Platz das tragen brauchen am Hänger. Die Schweine werden jetzt gerade gefüttert, bevor sie geschlachtet werden. Sie kriegen auch was zum Trinken, sieht man? Genau, das ist alles zur Beruhigung, weil natürlich die Schweine jetzt den Transport praktisch erlebt haben. Das ist ja normal im Schweineleben nur zweimal der Fall wahrscheinlich, wenn sie von der Zucht zu der Mast kommen und dann von der Mast wieder zum Schlagtuch. Da merkt man einen großen Unterschied zwischen Bioschweine und Tierwohlschweine, also die wir für unsere Hofkulturlandwirte kriegen, weil die den Bezug mit den Menschen, das raufsperren, dann das Stroh neu einstreuen und dann wieder rauslassen. Und Außenbereiche, wo der konventionelle Schweine sonst nicht so viel Außenkontakt hat, da ist ein Schwein, das aus diesen Sonderkriterien oder aus diesen Sonderbauernhöfen kommt, meistens gelassener, weil das nicht so ein Stressfaktor ist. Das merkt man schon, die beruhigen sich dann auch schneller am Schlagtuch. Wir haben aber da eine Mindestzeit von zwei Stunden, die sie brauchen, dass sie sich da wirklich beruhigen können und maximal wieder drei Stunden, weil sonst oft Reinkämpfe wieder anfangen. Und in dieser Zeit ist eben unser Landwirt, der auch für den Lebenswartestall zuständig ist, immer bedacht, dass er es dann ein bisschen füttert, wenn er etwas sieht, dass vielleicht etwas Unruhe entsteht. Dass die aufgeregt sind. Ja, genau. Entschuldige, warum sind eigentlich manche der Schweine markiert? Gut. Das ist vom Bauernhof, der halt vielleicht in einer Bucht größere und kleinere dabei hat und dann schickt er die Größeren diese Woche zur Schlachtung und die anderen halt in zwei Wochen dann. Und dann ist zum Aussortieren leichter. Aber das ist eine Farbe, die geht da dann wieder runter. Für mich interessant, weil man würde ja meinen, wir Konsumenten stellen uns vor, es wäre ideal, wenn das Leben im Tier kommt und relativ rasch quasi geschlachtet wird. Und Sie haben jetzt gerade gesagt, ein Mindestaufenthalt von zwei Stunden, damit sich das Tier beruhigt. Das finde ich interessant. Also es wäre gar nicht gescheit, wenn man die da durchjagt und schnell schlachtet. Nein, weil der Transport schon ein gewisser Stressfaktor ist oder halt eine Unruhe erzeugt, die muss man dann eher wieder runterholen, dann die Tiere und schauen. Und man hat es zuerst schon gesehen in einer Bucht dahinter, dass dann wirklich alle liegen in der Bucht und sich vollkommen beruhigt haben und schlafen direkt. Ja, da stehen jetzt eine Menge Schweine mittlerweile unten in diesen Boxen, die teilweise sehr groß sind. Da sind teilweise viele drinnen. Sie hätten aber Platz, muss man sagen. Und dummeln sie aber eher gemeinsam. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gelernt bei unserer Schweinestaffel ganz zu Beginn, dass die auch irgendeinen Kontakt suchen. Man nennt das ja zusammenrotten. Aber sie wirken, alleinhaft betrachtet, recht unaufgeregt. Bis auf ein paar so Raufereien zwischendurch. Aber auch die wirken eher... Gehen wir vielleicht auch kurz auf die Rinder. Wir sehen nämlich auch Rinderboxen vor uns. Bei den Rindern passiert die Ankunft in ähnlicher Art und Weise wie bei den Schweinern. Sie werden angeliefert und gehen dann selbstständig in die Holzboxen hinein. Also grundsätzlich, wir haben noch nicht alle Kriterien, die dann am Schlachthof so wichtig sind. Und das trifft beim Rind speziell auch viel zu. Das kennt man vielleicht auch von Pferden. Ja, da haben wir speziell mit den Lichtkonzepten. Also jetzt ist die Schweinelichtkonzept praktisch gerade. Es wird immer heller zum Betäubungsgang vor. Das ist dann bei den Rindern auch so. Es sind keine Schattenbildungen. Also man schaut da wirklich, dass das Rind keine Barriere am Boden hat, wo es nicht drüber will und wo man es dann drüber treiben muss. Es sind keine Elektrotreiber dafür bei uns erlaubt. Okay. Es sind keine Kanaldeckel und so in den Boxen oder in den Treibgängen, sondern die sind alle in den Seitenwänden unten eingelassen, dass das praktisch auch keine Barriere ist. Wie weiß man, also wie kommt man auf so ein Konzept? Wer unterstützt, woher kriegt man da Input? Ja, wir haben lange geplant und haben doch eben mit der BOKU zusammengearbeitet, mit Veterinäre, haben sich sehr viel von der Temple Grandin ihre Bücher angeschaut. Auf was die Wert legen da in dem Zusammenhang. Dass die kommt und uns beratet, das haben wir uns nicht leisten können. Vielleicht erklären Sie kurz, wer die Dame ist? Die ist zwar sehr bekannt im Fachkreis. Ja, es ist eine amerikanische Autistin, die sich speziell in die Tiere hineinversetzt und auch wirklich den Weg des Tieres durchgeht und auf das dann anspringt, wo ein Tier vielleicht auch eine Hürde sehen würde und wie man das dann eben ausbessern könnte. Beim Rind speziell, da ist es ja spezialisiert, ist das ganz wichtig eben mit den großen Türen, dass da kein rechter Winkel entsteht, dass das Tier nicht entscheiden muss, in welche Richtung es muss gehen, sondern dass das die Tür immer eine Kurve bildet. Dass man da, der letzte Weg zur Betäubungsproxie ist auch eine Linzkurve, weil es Studien gibt, dass ein Rind lieber nach links ist, wie nach rechts geht. Und es geht ein bisschen bergauf, oder? Genau, es wird immer steiler, sodass das Tier eigentlich immer schneller werden muss zum Ende hin oder zur Betäubungsbox hin, weil es immer mehr bergauf geht. Was passiert dann in der Betäubungsbox, also wenn wir den Weg weitergehen und das Tier wohl endet dann irgendwann am Ende dieses Ganges, was passiert als nächstes? Wir haben ja ein paar Schautafeln, wo man den ganzen Weg sieht, oder? Von der Anlieferung bis zur Betäubung und Tötung und Reinigung. Also eigentlich sehr weit. Da ist es so, dass die Tiere, jetzt bleiben wir beim Schwein wieder, dass die Tiere zuerst in Großgruppen angeliefert werden, je nachdem wie groß der Bauer ist und was er gerade zum Bringen hat. Die werden dann, da wird nur die Tür aufgemacht, dass praktisch das Schwein merkt, da geht es auf einmal weiter. Also die marschieren von alleine aus? Ja, da geht zwar einer schon mit, aber der muss im Endeffekt nichts tun, der hat maximal so eine Rassel in der Hand, dass er es halt auch aufweckt, gerade wenn sie schon schlafen. Dann gehen die Schweine nach vorne. Das passiert jetzt, oder? Genau. Jetzt gerade. Genau. Und der geht dann praktisch mit und dann gibt es da eine Tür wieder, die das abtrennt, wo er dann kleinere Gruppen aus denen macht. Der Schwein möchte nicht alleine sein. Ein Schwein will zuerst in der Gruppe bleiben und wenn die ersten gehen, sieht man jetzt, gehen die anderen schon wieder nach, weil sie wissen, wo die anderen hingehen und nicht, dass sie dann alleine sind. Und das machen wir uns halt da zunutze, dass wir es jetzt nicht treiben müssen, sondern dass eben aufgrund dessen, dass es halt nicht so viele gleichzeitig kommen müssen, dass es auch langsamer geht, kann man es dann abtrennen, dass man dann eher Dreiergruppen hat von den Schweinen. Dann kommt wieder eine Linkskurve, die sehr eng ist, wo dann nur mehr ein Schwein durchpasst. Da haben wir dann eine Schiebetür, wo das Schwein eigentlich bei einer Schiebetür ansteht und ob er so interessiert ist natürlich, wo geht es denn da jetzt wieder hin? Weil gerade nach einer Kurve möchte ich eigentlich wissen, wo es weitergeht. Wenn dann der Mann, der wirklich die Betäubung durchführt und wir haben da eine Elektrobetäubung, die ein Tier, ein Mann händisch diese Elektrobetäubung macht, also der richtet sich auf jedes Tier extra ein. Der schaut, wie steht es gerade, dass er auch wirklich die Dioden richtig setzt und dass das auch sauber funktioniert. Macht dieses Schiebetor auf, das kleine. Das Schwein sieht den Mitarbeiter nicht, weil er hinter einer Wand steht und merkt nur, dass da eine andere Bodenstruktur ist, eine andere Farbe und schnuppert dann da entlang. Und sobald es relativ weit vorne ist und er hinten wieder zumachen kann, wird dann gleich diese Betäubungsdiode angesetzt. Das Tier erstarrt dann sofort. Das Programm macht dann diese mit besonderen Ampere und Volt. Es erstarrt, ist aber noch oder nicht mehr bei Bewusstsein des Schwein. Also das geht so schnell, das ist wie ein Elektroschock, der halt auf der Stöh zutrifft und ein Herz-Hirn-Betäubung macht. Also das Schwein sackt dann einfach zusammen und wird durchgeklappt in einen anderen Raum, wo dann erst dieser Tötungsstich erfolgt. Da ist ein Unterdruck, dass der Blutgeruch von dort nicht rauskommt. Das ist ein eigener Raum, dass die Nächsten schon wieder nicht mehr wissen, was eigentlich da jetzt passiert. Das nächste Schwein möchte eigentlich wieder wissen, wo das hin ist. Und sobald die Tür aufgeht, findet er auf einmal auch den Boden und die andere Struktur interessant. Und das fängt wieder von vorne an. Ist die Farbe relevant, weil Sie die Farbe angesprochen haben? Sehen Schweinefarbe? Ja, schon. Und riechen dann sehr extrem gut. Was man ja von Trüffelschweinen und so weiter, für Schweine ist das schon wichtig. Deswegen schauen wir, dass man diese Faktoren Geruch und Lärm weghalten, solange es geht. Dann kommt eben ein Tötungsstich, wo die Hauptschagader im Hals gestochen wird. Dann entblutet es bei uns liegend. Das ist für die Fleischqualität besonders gut. Und da wird auch kontrolliert von dem Mitarbeiter, der dort ist, natürlich bevor es gestochen wird, ob die Betäubung gut funktioniert hat. Da haben wir sehr wenige Fehlbetäubungen. Der könnte aber da drinnen nur mehr nachbetäuben, wenn es ist. Damit das ja auch gut funktioniert. Und ab da wird es dann praktisch aufgehängt auf den Beinen und durchläuft den Reinigungsprozess. Eine sehr aufwendige Angelegenheit. Ich habe gerade überlegt, sehr aufwendig im Vergleich zu klassischen oder konventionellen Schlachtungen. Kann man das dann auch messen? Also wir nähern uns ja sozusagen unserem Ziel, dass wir Tierwohl präzisieren. Hier hat man recht eine klare Vorstellung, welche Kriterien erfüllt werden müssen, damit Tierwohl draufstehen darf. Wie zahlt es sich aus bzw. wie misst man das an der Fleischqualität? Kann man es messen? Das ist ganz schwierig. Wir sind davon überzeugt, dass die Qualität, seit wir das so machen, besser geworden ist. Wir beliefern uns ja selbst mit der Ware, die wir hier schlachten und zerlegen. Und wir sind sehr zufrieden mit der Qualität. Also man kann schon gewisse Faktoren messen am Schlachtbahn, wie ein pH-Wert und so Sachen. Aber die sind bei einer konventionellen Schlachtung auch sicher so ausgerichtet, dass sowas gut ist. Also bei uns ist es so, ich glaube, ich schmecke es den Unterschied, ob das Tier von Anfang an Tierwohl oder einen Bio-Weg begangen hat. Und dann auch über die Schlachtung kommt. Das ist ganz wichtig, weil auch wenn man die Schlachtung dann auf Biegen und Brechen und mit allen Konsequenzen durchzieht, da haut man sehr viel Qualität zusammen, die der Bauer monatelang am Hof sich kümmert hat um seine Tiere. Und denen sind schon die Tiere auch wichtig. Und deswegen ist uns dann das Gesamtpaket schon ganz wichtig. Und ich selber, glaube ich, schmecke es aus. Und Ihre Kunden, die bei Ihnen Wurst und Fleisch kaufen? Der Endkonsument, wenn er dann ein fertiges Schnitzel paniert da liegen hat, der hat dann meistens nie den Vergleich daneben, dass jetzt einen so macht und einen so macht. Aber gerade beim Schnitzel merke ich ja, zieht sich das Fleisch zu. Also man müsste eigentlich dann auch nicht immer das regelmäßig, wenn man kocht, müsste man es merken, oder? Ja, genau. Also wenn man selber das immer kocht und selber macht, man schmeckt schon. Außerdem werden sie ja die enormen Investitionen, und das schaut teuer aus eher, nicht einfach so machen, um gut dazustehen, sondern es muss ja auch sich umsetzen ins Produkt. Ja, genau. Also unser Anteil an Tierwohlschweinen und an Bio-Schweinen steigt jährlich, den wir machen. Und die konventionellen Produkte, die wir verkaufen, werden eher ein bisschen weniger. Hat aber auch damit zu tun, dass wir natürlich auch neue Märkte bestreiten wollen mit unserer Tierwohlqualität, die wir ja trotzdem auch mit unseren Bauern auf Langfrist aufgebaut haben. Die Bauern kriegen von uns ja einen Abnahmevertrag, mindestens fünf Jahre bei Erstlieferung dann. Da muss der Bauer investieren, braucht er ein Jahr, ungefähr eineinhalb, bis er wirklich Schweine liefern kann. Und ab da gelten dann erst die fünf Jahre. Das heißt, er hat eine Umstellungsphase auch wegen Fütterung und anderer Dinge, oder? Genau, also Kindtechnik-frei, Fütterung, 100 Tage Umstellungszeit. Und halt der Bau, wenn man keine Genehmigung hat, dann ist man vielleicht irgendwo mit einem Nachbarn. Das ist schon immer ein langer Prozess. Das ist der Aufwand. Genau. Und das müssen wir schon vordenken. Also, wenn ich jetzt den Bauern eine Unterschrift gebe für eine Tierwohlstallung, dann muss ich mindestens einmal die sieben Jahre vordenken, oder fünf oder sechs und halb, weil die fünf plus den Vorlauf. Haben aber jetzt unsere ganzen 40 Bauern im Sommer letzten Jahres schon bis 2030 die Abnahme garantiert. Das ist die eine Seite der Medaille. Sie vertreiben aber nicht selber, sondern über Retailer. Ist das richtig? Nein, nur selbst, oder? Ja, beides. Beides. Okay. Also, wir produzieren dann Ware daraus. Also, verschiedenste Veredelungsprozesse haben wir dann im Haus. Dadurch, dass wir so eine gewachsene kleine Metzgerei sind, die halt immer mitgewachsen ist, haben wir nie eine Abteilung richtig aufgegeben, sondern mit dem, das wir auch geschlachtet haben, hat man halt alle Produktgruppen gebraucht. Also, wir haben von der Blutwurst und Sulz über das Bravo und der Frischfleisch und den Schinken alles im Sortiment und die extra Wurst und Würstchen und Convenience-Produkte und Sandwich, alles. Weil man aber auch das ganze Tier vermarkten muss. Umso mehr, dass wir Tierwohl in Tierwohlprodukte reinkriegen und da sind wir sehr, sehr gut, umso weniger kostet es dann auch der Handelskette oder den Endkonsumenten, weil wir den Aufschlag nicht nur auf ein paar Edelteile legen müssen. Und das ist ein ganz großer Faktor, Nose-to-Tail, das für mich jetzt parallel zu den Kriterien am Bauernhof, am Schlachthof in der Produktion eine wichtige Rolle spielt. Weil jetzt nur die drei, vier geliebten Teile zu vermarkten und den Rest irgendwo, das hat für mich wenig Sinn, dass man dann das gute Tierwohlfleisch abwertet. Ist das auch Erziehungsarbeit bei Ihren Kunden, also bei den Konsumentinnen, dass man lernt, dass man ja vom Tier sehr viel mehr essen kann als nur das Schnitzerl? Jein, es ist schon ein Unterschied, aber die Handelsketten an sich waren das bis dato oder bis das wir da gekommen sind und gesagt haben, wir verkaufen euch ganze Schweine und wir müssen halt ein Produktsortiment daraus machen, waren sie mit dem noch nie konfrontiert. Weil sonst eher einer kommt und sagt, ich habe ein Produkt, das möchte ich liefern. Und dann bedient er sich der herkömmlichen Ware am Markt und hat halt dann das zum Verkaufen. Bei uns müssen wir halt wirklich, wenn dann irgendein Produkt nicht gut geht, müssen wir schauen, was können wir aus dem Rohstoff wieder machen und mit dem wieder dann halt Innovationen erzeugen, die der Endkonsument dann halt auch kauft, wenn er was nicht kaufen würde. Aber mit dem Paket kommen wir derzeit sehr gut durch, haben sehr viele Kunden, die sich auf das schon eingelassen haben, obwohl sie vorher mit dem nie so gearbeitet haben. Aber das heißt, ich kann in Wien auch irgendwo im Supermarkt ihr Fleisch kaufen? Oder wo kriege ich es? Ja, ganz unterschiedlich. Also wir beliefern die Handelsketten ja oft unter deren Eigenmarken. Okay. Ja, da steht halt dann Hüttaler nur im Kleingedruckten irgendwo drauf. Aber wir beliefern... Aber jetzt den Tierwohl speziell? Hofer mit Fährhof sind die Schweine, Rinderartikel und die Putenwurstartikel von uns. Rewe beliefern wir unter Hofstetter Fähr zum Tier mit unseren Schweinefleischprodukten. Und da steht dahinter Ihr Tierwohlprogramm? Genau, ja. Sie verpacken auch selber? Ja, wir machen es bis zum Endkonsumentenpackerl. Also die Handelskette handelt es nur mehr. Wir beliefern aber auch die Systemgastronomie seit Neuersten in Xlutz, in die Restaurants. Die haben auch auf Tierwohl die gesamte Wurst europaweit umgestellt und Teile des Fleischsortiments. Erstaunlich, weil dort hat man doch eigentlich das Klischeebild, dass dort sozusagen das Thema ist, im Gastronomiebereich günstig Mittagessen für die Kunden anzubieten. Ja, wir haben mit denen ein Jahr lang ungefähr so sondiert. Wie machen wir es? Wie bringen wir auch wieder da ein ganzes Schwein unter? Ja. Und haben super Lösungen gefunden und das läuft seit September. Spannend. Ich sage, Ursula, wollen wir uns die Verarbeitung auch noch anschauen? Ja, auf jeden Fall. Ich habe noch eine Frage, bevor wir weitergehen. Ist das vorstellbar oder was ist Ihre Einschätzung? Kann man diese Standards österreichweit, also sozusagen für jedes lebende Schwein umsetzen? Ist das realisierbar oder verträgt der Markt das gar nicht zu viel Tierwohl? Sehr provokant gefragt. Also gewisse Tierwohlfaktoren kernsicher im gesamten Schweinebereich implementiert. Vielleicht sogar auf gesetzlicher Ebene. Aber grundlegend müssen da die Landwirte und auch die Bündler wie Schweinebörsen und so weiter mit eingebunden werden, weil man das natürlich in Kooperation mit den Landwirten abstimmen muss. Jetzt so, wie weit wir mit Tierwohl gehen, dass wir wirklich sagen, das ist ein Gesamt-Tierwohl-Paket und nicht nur mit Tierwohl-Einzelfaktoren. Da bin ich mir sicher, wenn das einmal in anderen Ländern gibt es ja schon länger, in der Schweiz, wenn das einmal etabliert ist, vielleicht gesetzlich irgendwo geregelt ist, dann wird sich das auf 20-30 Prozent. In der Schweiz sind es schon 30-40 Prozent, die machen es aber schon seit 1995. Wird sich das da irgendwo einpendeln? Weil ich glaube trotzdem, dass der Kunde die Auswahl braucht im Geschäft. Wenn er selber darüber nachdenkt, was er essen möchte, was er sich selber als Treibstoff in seinen Körper gibt, dann greift er eher zu hochwertigen Artikeln. Da ist sicher so, mit Auslauf und allem, was wir machen, wo die Bauern wirklich auch gravierend umbauen müssen in einen Stall, das geht sich bei vielen Landwirten nicht, weil da oft die Randgemeinden, Wohnungen zu nahe dazugewachsen sind, dass das einfach gar nicht möglich ist. Wir haben aber auch welche dabei, die mitten in einer Ortschaft sind und machen es auch. Wir haben schon solche auch dabei, die gesagt haben, sie möchten es probieren, sie haben es durchgebracht und sie haben die Nachbargemeinde wieder mitten im Ort einen Tierwohl stehen. Okay. Und noch eine Verständnisfrage jetzt an dem Standort, warum Tierwohl und ein eigener Level, haben Sie jemals überlegt, gleich komplett auf Bio umzustellen? Nein, wir produzieren selber schon seit Ewigkeiten Bio. Also wir haben da einen Babynahrungsproduzent, einen großen Hersteller, den beliefern wir schon seit 57 Jahren. Und die haben uns damals schon gesagt, wir sollen Bio produzieren, da hat es noch gar keine Biogesetzgebung gegeben. Und wir sind auch einer der größten Bioproduzenten in Österreich, zusätzlich. Und ich wollte absichtlich nicht so nahe an Bio herangehen, wie es vielleicht sich NGOs wünschen würden oder wie man es sich vielleicht selber auch nur zusätzlich wünschen würde, weil das schon ein großer Schritt für die Landwirte ist und Bio dann noch eine große Hürde für den Bauern aber ist, dass er sagt, ich mache es doch nicht. Ich glaube, dass keiner von den Bauern, die Tierwohl machen bei uns, ein Biobauer geworden wäre. Okay. Das heißt, Sie wollten eher graduell sozusagen heran oder halt Abstufungen bieten. Ja, weil Bio beinhaltet halt eine Kreislaufwirtschaft im gesamten Hof. Du musst den Ackerbau genauso bio machen, wie jetzt im Stall und die Zucht. Und da muss man schon noch tiefer in die Materie reingehen. Wir haben es wirklich aufs Tierwohl bezogen. Das heißt, was kriegt das Schwein im Stall mit? Jetzt ob das Futter bio ist oder jetzt gentechnikfrei, das kriegt das Schwein wahrscheinlich selber nicht mehr mit. Aber das war uns halt unser wichtiger Faktor. Und die Faktoren sind wichtig, dass man... Also ein bisschen die tierische Perspektive quasi, oder? Genau, ja. Das ist eben unsere Tierärztin, die am Stall dann den Lebendbeschau macht. Die Herrschaften drunten sind alle hell angezogen. Hat das irgendwie ein Sinn? Also eine Bedeutung oder ist das wichtig, weil das für die Schweine beruhigend ist? Ja, das ist das eigene Stallgewand. Das ist so pastellbräunlich. Dass eben, wenn da ein weißer Mensch durchgegangen ist, wie wir es sonst im reinen Bereich haben, dann ist das trotzdem wie so ein Marsmännchen, was da durchläuft. Dann schreckt er sich. Der ist recht gut getarnt, der ja da unten den Sittmeigerlichen Holz fasst. Ja, genau. Das ist das Ziel. Beschwendeln wirkt mir recht. Jetzt dreht er mit einer. Gelöst im Gespräch. Gut, gehen wir zur Verarbeitung. So, wir sind jetzt auf der Besucherplattform im Verarbeitungsbereich, weil dieser Schlachthof ist ein transparenter Schlachthof und es können auch Besucher herkommen, um sich anzusehen, woher ihr Schnitzel kommt. Genau, also das haben wir auch vor Corona in kontinuierlicher und regelmäßiger Weise praktiziert. Jetzt mit Corona ist das leider ein bisschen ins Hintertreffen gekommen, aber das wird hoffentlich wieder einmal besser werden. Das heißt, sie wollen nichts irgendwie verstecken, sondern den Leuten auch zeigen, woher das Fleisch kommt. Und was braucht es, oder? Was braucht es, damit man überhaupt ein Fleisch essen kann? Ich finde, das ist ja recht oft auch ein bisschen im Verborgenen, wenn ich nur Fleisch im Supermarkt kaufe, dass es ein lebendes Tier war und geschlachtet werden muss, zerlegt werden muss, wie was man gerade hier sieht. Und dass es da Menschen gibt, die jeden Tag zig Schweine zerlegen. Ja, das ist auch unser Ansatz bei dem Ganzen. Wir wollen da Meinung bilden, wir wollen da Aufklärung betreiben, damit auch wirklich den Menschen, die dann eben mit dem Einkauf im Geschäft uns den Auftrag geben, welche Qualitätswert forciert werden und welche nicht. Ja, das ist trotzdem so, dass dann irgendwo vielleicht immer hinterfragt wird, warum das nur die Aktion jetzt nur 2,50 kostet. Kann das überhaupt sein? Kaufen wir das überhaupt? Was ist das dann noch? Und auf der anderen Seite, dass man vielleicht absichtlich zu ein bisschen teureren Produkten greift, die aber gleich eine Riesenauswirkung haben. Also von dem, was wir jetzt geredet haben mit Tierwohl, da reden wir am Endprodukt von 2 Euro aufs Kilo. Man isst aber nur 120 Gramm. Also wir reden da im Centbereich pro Portion für einen Endkonsumenten und das ist normal jetzt so zwischen 30, 35 Prozent, was dem Endkonsumenten jetzt Tierwohl bei uns mehr kostet. Und jetzt muss man sagen, Tierwohl ist natürlich hier nicht mehr zu sehen, weil hier sehen wir auch das Tote, die hat das aufgeschnitten und zerlegt, da kommen die Innereien raus zum Beispiel. Aber man sieht sehr viel manuelle Arbeit und es wirkt alles sehr ruhig. Also im Vergleich zu anderen Schlachthöfen, die ich kenne, wirkt es langsamer, kann mich aber auch täuschen. Und es wirkt alles sehr ruhig und ich kann es schwer beschreiben. Ist es auch hier anders, ihr Ablauf im Vergleich zu anderen Schlachthöfen? Beziehungsweise die manuelle Arbeit muss ja auch Geld kosten, oder? Ja, genau. Also was man jetzt da optisch sieht, dass wir es trotzdem nochmal in der Reihenfolge schauen. Vorne ist so ein Durchbruch praktisch, wo das Schwein durch so ein kleines Tor durchkommt. Also das ganze Schwein noch. Das ist der Übergang, wo das Lebewesen zum Lebensmittel wird. Also ab da fangen wir dann an, das zu bearbeiten. Da ist es schon gereinigt. Da werden jetzt dann die weißen Organe entnommen, die roten Organe entnommen. Die roten sind lebensmitteltauglich im Gegensatz zu weißen. Dann wird es halbiert. Und dann kommt der Schlachtkörperbeschau, findet dann statt. Also da haben wir Tierärzte, die den Schlachtkörper beschauen, aber auch die Innereien anschauen. Haben dann ein Portal, wo sie die Ergebnisse ihrer Beschau direkt gleich reinschreiben können. Das ist hier die Tierärztin, oder? Genau. Da sieht man gerade die Herz und Lunge und so weiter. Genau, die schneidet dann einmal rein in die Lunge, schaut, ob Milchspots zum Beispiel da sind. Also das wäre etwas, was auf Parasiten schließen würde. Die schaut sich aber auch das Herz an. Die schaut sich die Lunge an. Und eben auch den Schlachtkörper, ob der sauber ist, ob er irgendwelche Verletzungen hat und so weiter. Und gibt es dann zum Lebensmittel gebrauchfrei. Wenn etwas nicht entsprechen würde, hat die einen Knopf und kann das ausschließen und wird es dann zur TKV gefahren. Es wird jedes Tier untersucht. Ja. TKV vielleicht zur Erklärung der Tierkörperverwertung. Ja, genau. Und das ist einmal, dass es lebensmitteltaglich ist. Und der zweite, also wenn es dann da weitergeht und dann wird da noch das Rückenmark abgesaugt und so weiter und der Schneideabrieb, dann kommt es nur zu einer Position, das ist der Klassifizierer. Diese zwei Bereiche, eben der Tierärztliche Beschauer und der Klassifizierungsdienst, den sieht man da hinten, wo da das Licht ein bisschen leuchtet. Die sind keine Mitarbeiter von uns. Das muss ja wahrscheinlich keine sein, oder? Ja, das muss so sein, weil erstens einmal der Tierarzt, der von der BH gestellt wird, der muss ja das lebensmitteltaglich feststellen, ohne dass wir sagen, das ist Pasteo. Und ähnlich ist beim Klassifizierungsdienst. Der bewertet dann das Tier. Ist es mager, fett, ist es tierwohltaglich, weil es von den Bauern kommt, ist es biotauglich, ist... Also enorme Verantwortung. Der macht alles und der bestimmt den Preis dann für den Landwirten. Weil mit jedem Ja und Nein bestimmt er halt einen Zuschlag oder nicht für den Bauern. Und umso schöner das Tier dort ankommt auch, umso mehr kriegt der Bauer. Das heißt aber, das weiß man immer erst im Nachhinein. Weiß man nie im Vorhinein, was der für sein ganzes Tier kriegt. Könnten, wenn er auch ein Armerbauer ist, ein gewisser Prozentsatz an Schweine von der Armer ausfallen, die Hälfte zum Beispiel. Dann wirkt er den Armerzuschlag für die Hälfte nicht. Als Beispiel. Ursula, was sagst du? Ja, spannend, viel Aufwand, aber interessant. Unterschiedliche Schlachthöfe kennend, wie man sieht den, also als Laie sieht man hier den Unterschied. Ich kann ein bisschen besser was mit dem Begriff Tierwohl anfangen nach dem Besuch. Ich auch. Was ich interessant gefunden habe, ist, dass hier erstens einmal extrem viel investiert wird, um Tierwohl umzusetzen. Interessant finde ich auch, dass das Ganze eine Art Step-by-Step-Politik ist. Also, es ist nicht so, wir haben einen konventionellen Betrieb, jetzt machen wir voll Bio, sondern es ist eher, wir machen in Maßen und langsamen oder mittelschnellen Schritten sozusagen Fortschritte. Das ist mein Eindruck. Das ist ganz wichtig, weil jetzt nur schnell viel Tierwohlfleisch am Markt bringen, würde für den Landwirt wieder keine Preisstabilität bedeuten. Weil wenn zu viel da ist, dann wird auf einmal nichts mehr zahlt dafür. Und deswegen machen wir das ganz langsam und individuell, dass wir wirklich sagen, das, was gebraucht wird, schauen wir, dass wir bringen können, dass wir liefern können. Aber nicht zu viel, weil sonst ja eher der Preisverfall wieder ist. Wir garantieren unsere Bauern ja noch einen Mindestbörsenpreis, den wir immer zahlen und dann dazu noch die Zuschläge. Und das ist da ganz, ganz ein wichtiger Faktor, dass man nicht einfach aufs Blinde hin produziert. Was ich da in der Schlachtung jetzt noch vergessen habe zu sagen, was aber ganz wichtig ist, nämlich dann, wenn man unsere nächste Investition, die ja schon der Rohbau steht daneben, wie Sie gesehen haben, die Zerlegung dann eingebaut wird. Dass man auch die Schweine dann in einem Zuge, wenn sie dann ausgekühlt sind, gleich zerlegen. Alles, was da definiert wird, wie schwer ist das Tier, was hat es für einen tierärztlichen Beschauer, ist es gut, hat es das und die Mängel gehabt und so weiter. In Klassifizierung, wie von welchen Bauern ist dieses Tier, mit welchen Fettklasse und so weiter, wird alles auf diesen Haken, wo das Schwein draufhängt, da sieht man so einen schwarzen Punkt, da ist ein RFID-Chip eingegossen, auf den wird das alles draufgespielt. Das werden wir jetzt schon mit übernehmen in unsere jetzige Zerlegung und das wird dann mit der neuen Zerlegung eins zu eins in das Schlachtband mit integriert, dass das immer weiß, auf welcher Stelle des Schlachtbands liegt welches Stück Fleisch dann schon, von welchem Tier, mit welcher Qualität und mit welcher Fettklasse. Also eine lückenlose Dokumentation eigentlich und Zuordnbarkeit. Genau, das machen wir jetzt auch schon, Bauernreine Zerlegung, aber das wird da dann sehr digitalisiert. Herr Hüttaler, Florian, vielen lieben Dank. Ich glaube, dass wir wiederkommen werden, wenn nämlich der Zuber fertig ist und da schauen wir uns die Zerlegung an und die Verpackung, wie es weitergeht, Episode 2. Vielen lieben Dank für diese tollen Einblicke in diesen Betrieb. Dankeschön. Freut mich, dass Sie da waren. Wenn euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo und weitere Informationen findet ihr auf der Website tellerand.io. Vielen Dank.